Jo, hallo zu und willkommen zurück zu Resonant Rise, beziehungsweise Michael Rise. So, Resonant Rise ist ja quasi das Mod-Pack, was man hier spielt. Und ich hab mal das Loch gestopft. Das ist irgendwie, also hier war gerade so ein mega tiefes Loch. Das ist irgendwie bei den Drachenkämpfen entstanden, weil da irgendwie immer TNT durch das Drachenportal gefallen sind. Und dann kommt sie am Spawn raus. Und das war dann hier... Oh lol. Oh, kein Geräusch, doch. Hat es gerechnet? Jetzt bin ich verwirrt. Boah, ich komm gerade vom Fußball, ey, total fertig noch eigentlich. Was war das, fertig? Aber so, äh, total gelaufen so, voll fertig gelaufen. So, aber ich hab voll Bock auf etwas Spezielles, was ich schon ganz lange machen wollte. Ich kann mal ganz kurz den, ähm, Crafting, äh, den Blattalter nochmal zeigen. Da kommt der Skater die Tage raus, äh, und hilft mir dabei. So sieht das Ganze jetzt aus. Alles vorbereitet, kommt nachher noch alles cooler rein. Hier unten hat der Hausmeister nochmal netterweise ein paar Lampen dran gemacht. Der Fitz ist... Dankeschön nochmal. Ähm, alles weitere in der Videobeschreibung. Oh, wie sieht denn das Blut aus? Das Blut sieht ganz komisch aus von unten. Auf jeden Fall hier leuchten jetzt die Flutlights, Flutlights nach unten und machen hier alles hell. So, da kommt natürlich noch der andere Kram drum. Da muss noch irgendwie ein Ritual ausgeführt werden und keine Ahnung was noch. Das machen wir allerdings nicht jetzt, weil ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit... Jetzt kommt denn nämlich Spatialzels machen von, ähm, Applied Energistics. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier in diesem Tower machen kann, weil das hier, äh, der Tobias schon relativ weit gebaut. Also sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice aus. Muss man ihm ja lassen. Dann sind hier die ganzen, wie heißt das nochmal, Elektrolytics Separator, die das Wasser da herstellen. Oder aus Wasser das andere Zeug herstellen. Und dann geht's hier halt weiter mit dem Fahrstuhl. Oh. Und dann ist hier auf jeder Etage nochmal ein bisschen was Gebautes. Also sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, das finde ich sehr, sehr gut mit dieser Brüstung. Dann hier sind die acht, äh, Crusher drin. Oh, was war das denn? Die automatische Elite Smelting. Oh. Oh, der macht... Oh, was ist das? Ah ja, genau. Lol. Der Autostocker. Ach ja, genau. Das sind Sachen, die sich in meinem System automatisch, äh, wieder auffüllen. Quasi, wenn, keine Ahnung, wenn Glas unter 4000 fällt, wird Glas nachgebraten. Wenn Stone unter, keine Ahnung, 17 Millionen fällt. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber, äh, ähm, ist ein bisschen übertrieben, aber so der Rest geht eigentlich. Guck mal, sogar... Oh, Carpetablock. Also im Grunde alles, was man relativ oft zum Bauen braucht, wird da quasi nachgecraftet. Sehr gut. So, da kann man hier noch weiter runtergehen. Guck mal, hier ist der Eingangsbereich, hier geht's noch weiter runter, hier geht's noch weiter runter. Also da kommt noch einiges. An dieser Stelle nochmal Danke an den Tobias, der sich da so gut drum kümmert. Und ich werfe jetzt mal was in den Raum. Aber irgendwie ist das Haus zwar so geil, aber nicht geil genug. Ich meine, klar, der Eingangsbereich müsste noch, hier muss noch ein bisschen Deko drauf, aber irgendwie gefällt es mir noch nicht. Vielleicht macht man doch den Bereich, lässt man so aussehen, so ähnlich, zumindest fabrikmäßig. Und den Bereich macht man wirklich sehr oft modernen Haus. Also sowas, was, wenn man jetzt zum Beispiel bei Minecraft modernen Haus sucht, so wie das dann aussieht, vielleicht macht man das dann so. So, aber bevor wir das machen, machen wir erstmal folgendes. Wir brauchen ein Spatial. Wenn ich weiß, wovon ich hier rede, man kann im Grunde Konstruktionen auf einer Diskette speichern. Das habe ich noch nie gemacht. Und es würde sich auf jeden Fall lohnen. Und ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Warte mal, wir brauchen... Lol. Oh! Spatial Coordination! Kein Feuerwerk im Haus! Und davon brauche ich ganz viele. Wow! Quarzglas, ich glaube, dafür lege ich mal ein Rezept an. Jetzt weiß ich nur nicht, wo die Monitore sind. Doch, ich weiß wohl, wo die sind. Warte mal, ich glaube, hier sind die. Geil. Hallo! Oh, die gehen sogar. Die sind alle so grau. Oh, Fluid Terminal. Wow, muss ich mir mal zeigen, wie das funktioniert. Wow, Gas Terminal. Wow, Energest. Hä, was ist das? Oh! Fluid Auto Filler. Ach so, da kann man einmal und so rein tun. Wow! Okay, nicht schlecht. Oh, Dickseptischen. So, warte mal, wir brauchen Spatialzels. Und wir brauchen diese Spatialpylonen. Dafür brauchen wir natürlich erstmal Quarzglas. Warte mal, kann man Quarzglas nicht automatisch herstellen? Werden wir gerade mal einen? Natürlich. Mach mal 100 Stück hier. Start! Warte mal. Das war, glaube ich, nicht das, was ich wollte, oder? Ich weiß es nicht. Oder wachsen jetzt? This item won't despawn. Null Prozent. Ne, ich glaube, das stimmt noch irgendwas nicht. Warte mal, Quarzglas? Hä? Hä? Ach doch, brauchen wir... Ne, warte mal. Man nimmt einen... Okay, warte. Zertus Quarzglas. Aber warum? Wie ist das Rezept hinterlegen? Muss man ganz kurz checken, wie diese Rezepte hinterlegt ist. Und zwar... Zertus Quarzglas. Müsste eigentlich irgendwo... Alter, sind ja viele Sachen drin. Das ist ja! Da geht man einmal nicht... Wither Farm, voll geil. Da geht man einmal nicht so in sein System rein und hat man alles voll. Ah, hier, Quarzglas. Zertus Quarztas und vier Glas. Hm. Das ist aber nicht so gut, glaube ich. Zertus Quarzglas. Never Quarztas kann man auch machen. Never Quarztas. Haben wir denn Never Quarztas im System? Fällt mir gerade mal ein. Kann man auch suchen. Ich weiß hier gerade so ein Ding. Oh. Never Quarztas haben wir. Da machen wir folgendes. Wir nehmen mal ganz kurz das Quarz... Quarzglas raus. Und dann machen wir das lieber aus den Never Quarztas-Dinger. Warte mal, machen wir mal sofort. Ja! Leer gemacht. Dann gehen wir hier rein. Machen hier mal so. Suchen dann mal, äh... Never Quarztas. Craft. Machen wir mal so ein paar. Start. Sollte jetzt eigentlich fluppen. Da haben wir schon mal ein paar. Ist ja besser als das andere Zeug, ne? Und encoden. Jetzt gehen wir nochmal hier drauf. Packen das Ganze dann in dieses normale Crafting-Feld rein. So. Dann haben wir schon mal das. Das können wir dann schon mal herstellen lassen. So, warte mal. Never Quarzt. Ja, ja, ja. Never Quarztas. Ne, gar nicht. Quarz-Glas. Da haben wir es. Komm, mach mal 100. Das sieht gut aus, wenn ich ehrlich bin. Das fährt hoch. Sehr, sehr schön. So. Sparti halt. Pylonen. Gut. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Da fehlt im Grunde jetzt. Fluix Dust. Fluix Crystals. Kann ich halt nicht... Warten wir mal. Fluix Dust. Kann ich halt nicht bestellen. Bestimmt. Da haben wir es doch. Komm, mach mal 100 fertig hier. Komm. Da läuft es. Zwei. Davon brauchen wir allerdings relativ viele. Ich weiß noch nicht genau, wie viele. Deswegen legen wir davon das Rezept auch mal an. Oh, dumm Kopf. Muss ich ja hier machen. Oh nein. Mega dumm Kopf. Wie wir davon nur noch einen haben. So, voll gut. So. Dann haben wir das. What? Invalid Pattern. Warum? Ah ne, war nur kurz Invalid Pattern. Okay, warte mal. Hö. Gelöscht. Können wir übrigens machen mit Shift-Rechst-Klick. Können da quasi die Diskette wieder freimachen. Auch wenn quasi da eine Speicher-Diskette oder so drin ist. So. Jetzt könnte man theoretisch davon ganz, ganz viele bestellen. Packen wir mal hier rein. Und wir bestellen dann ein paar Spatial. Weil ich erkläre euch mal kurz den Hintergrund. Ich möchte am liebsten... Ich mach jetzt erstmal 30. Dass da, wo die Bibliothek drin ist, dass man da quasi diesen Raum einpacken kann und wieder auspacken kann. Und sag ich mal... Bibliothek weg. Wohnzimmer da. Wohnzimmer weg. Bibliothek da. Irgendwie sowas. So in der Art. Braucht zwar massig Energie. Lol. Was für eine lustige Mob-Souls sind für ein Fürth. Aber ist sowas von egal. Deswegen hauen wir dort einfach mal raus. Und ich will es ja auch einfach mal ausprobieren. So, warte mal. Wir haben den. EO-Port. Dann haben wir hier so eine... Spatial Storage Cell. Gibt es bestimmt noch dicker, können wir mir vorstellen. Wir machen erstmal eine kleine. Nur zum Testen. Komm. Lol. Das sind ja voll die krassen Sachen, die man da braucht. Oh mein Gott. Das sollten wir vielleicht mal ganz kurz anlegen. Weil für die Größeren brauchen wir bestimmt noch mehr die Kleineren. Also wir brauchen einfach das. Mhm. Dann gehen wir da rein. Also momentan ist es gerade wieder so eine Crafting-Folge. Aber manche haben sich auch wieder Technik gewünscht. Also man kann natürlich nicht jedem alles recht machen. Die einen wollen Technik haben. Die anderen wollen mehr das andere haben. Und da muss man halt immer so einen Mittelweg finden. Weil ich baue ja auch immer ein bisschen. Oder mach mal ein bisschen Technik. So, jetzt können wir das craften. Komm, mach mal 10 fertig. Da haben wir schon mal welche. 3. 4. So, dann hätten wir die... Oh Mann, falsch wieder. Ganz klar muss der doch hier rein. So, dann können wir den schon mal machen. Also ich könnte wetten, für die brauche ich dann 3 von den anderen. 4 sogar. Okay. Hm. Wisst ihr was? Ich glaube, die baue ich sofort. Weil wenn man jetzt hier so reingeht... Weißt du, ich wollte das eigentlich zeigen, Mann. Aber egal. Ich wollte sowieso noch was erklären. Und zwar heute Abend gibt es ja einen Livestream, wo ihr auch was gewinnen könnt. Letzte Folge war ja diese... Die b2lp.com-Seite. Die ist ja noch in der Entwicklung. Und der offizielle Launch ist ja erst heute. Deswegen kann es sein, dass es in den letzten Tagen mal nicht so gut da drauf kam. Aber heute Abend geht es halt rund. Mit dicken, fetten Verlosungen. Im Stream. Gespiel für, glaube ich, Minecraft Rise und The Division wahrscheinlich. Also kommt da einfach mal gucken und dann geht es richtig ab. Link dazu in der Videobeschreibung. Also wer jetzt voll Bock auf den Livestream hat, immer rankommen. Komm, mach mal 20 Stück hier. Dann kann man die bauen. Immer falsch, ey. Ich muss das doch hier reinbauen. So, dann bauen wir die. Dann packen wir wieder hier rein. Nein, ich vertue mich immer. Dann packen wir die halt hier rein. Also natürlich jetzt ein bisschen advanced. Für Leute, die jetzt gerade so reinkommen und denken so, oh, ich gucke mal, was der Demitor macht. Für die ist halt wahrscheinlich ein bisschen krass, was hier gerade so abgeht. Aber was soll's? Kann passieren. So, jetzt kommt die dicke Cell. Die wird dann so gebaut. Alter, hat schon wieder gerechnet. Warum regnet das so auf dem Minecraft? Hörst du mal eben im Ernst? So, dann kann man die dicke Cell hier rein tun. Und dann könnte man theoretisch... Warte mal, Cell. Wir craften jetzt erstmal eine. Genau, zwei, eine. Wird immer mehr, Mann. Und dann könnte man eigentlich das Rezept für diese Diskette anlegen. Wobei, da lohnt es sich schon fast wieder nicht. Aber davon werde ich wahrscheinlich so viele brauchen. Äh, 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 äh. Heißt doch nicht Cell, ne? Wie heißt das nochmal? Spatial. Für Spatial. Ich glaube, er craftet noch. Wir gucken mal, wie weit er ist. Dafür sind ja diese Computer da. Oh, ich sehe schon. Das ist aber ordentlich, was da rausgehauen wird. Ah, lol. Crafting Fluid Crystals. Now. Und er craftet hier diese Dinger. Wo werden überhaupt die Fluid Crystals gebaut? Oh, Mann, ey. Krass. Neun Stück werden davon gebaut. Das dauert so drei Minuten. Dann nochmal welche davon. Kann man ja mal machen. Auf jeden Fall wird es auch sehr, sehr krass. Ich muss mal überlegen, wo ich das zuerst aufbaue. Ich glaube, ich mache es erstmal nur irgendwo provisorisch. Mit so einer Energiezelle. Oder eine Taserrack. Obwohl, wir können es theoretisch auch einfach irgendwo mal an so einem Kabel dranhängen. Dann probieren wir das einfach mal aus. Uns fehlt natürlich jetzt die Diskette. Ich will euch ja nur mal zeigen, was so geht mit dem Ding. Ich glaube, wir gehen einfach mal in den Gang rein. Oder? Wir gehen unterm Lager. Ja, unterm Lager gehen wir. Wobei, ich muss doch was bestellen. Wir gehen dann quasi unterm Lager und gehen da ans E-Kabel dran. Und da können wir dann quasi einmal gucken, wie es läuft. Aber Fluids Crystals werden gerade gebaut. Relativ lang. Ja doch, eigentlich geht es. Wenn man bedenkt, eine Minute noch was braucht man jetzt. Und dann haben wir unser Gerät da drin. Der Gerät. Und dann kann ich hier unten vielleicht schon mal die Spatialzellen dran machen. Spatialzellen. Oh nein, hilf euch, ich bin so schnell. Und Pylonen. Hier war mein altes Lager, was ich nicht kennt. Spatialzellen und Spatialpylonen. Da sind sie. Geil. Und wir brauchen noch, äh, Cable. Wir nehmen einfach mal dieses dicke. Ja. Okay. Hm. Mhm. Okay, das ist ein bisschen zu dick, glaube ich. Aber es ist jetzt nur ein Test. Wir machen einen Test. Hier dran. Sieht gut aus. Strom, äh, lädt sich auf. Brauchen wir auf jeden Fall noch ein Stromkabel dran. So kann es nicht weitergehen. Und dann geht es halt weiter mit... Ah, okay, ist ein bisschen dick jetzt. Egal. Äh. Und können dann hier solche Spatialzellen benutzen. So. Wenn ich jetzt nicht so dicke Sachen gebaut hätte, könnte man die relativ zügig wieder reinballern. Obwohl, ich sehe gerade, es ist Stored Powered. Hm. Efficiency 0%. Now. Okay, warte noch mal. Kann ich auch so machen? Nee, so ist kacke. So ist das aber scheiße. Dann musst du dir den Aufwand nochmal genau angucken. Ich glaube, so geht es eigentlich. Hm. Eigentlich nicht. Eigentlich geht es so gar nicht. Aber es sollt. So, warte mal. Man müsste ja eigentlich... Genau, ich habe jetzt eine Idee. Jetzt habe ich die Idee. Pass auf. Pass auf, wir machen jetzt so, weil wir machen... Verschwindibus. Verschwindibus, Klötze. Das könnte man eventuell im Stream ein bisschen weiter ausbauen. Das wäre bestimmt lustig. Das wäre bestimmt super cool. So, pass auf. So. Und so. Nur, wir trennen das nochmal von einander, ne? So. Und so. Und dann machen wir das hier nochmal zusammen. Keine Ahnung. Wir machen es irgendwie zusammen so. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Diskette. Und dann kann man das da drin speichern. Irgendwie so. Also man kann im Grunde dann die Sachen, die in diesen Pylonen sind. Also die hier, die ich jetzt unten in der Leiste habe. Diese Spatial Pylonen. Die werden dann quasi auf die Diskette transferiert. Man kann ein riesiges Konstrukt bauen. Man braucht halt nur eine dickere Diskette. Ich weiß nicht, wie viel auf diese einpasst. Oder eventuell gibt es ja noch andere Disketten hier im System. Und dann muss ich natürlich gucken. Warte, wie heißt das nochmal? Spatial. Er hat sie gebaut. Unglaublich. Dann kann ich mir direkt mal eine rausnehmen. Und kann dieses wunderschöne Rezept hier reinlegen. Da ist es. Ich verteile das halt immer nicht in einer Reihe. Weil sonst kommen die sich ins Gehege und craften dann nicht effizient. Und warten die die ganze Zeit. So. Und wir brauchen im Grunde noch einen Button. Dann probieren wir das einfach mal. Ich glaube, dass die Pylonen stehen noch nicht genau richtig. Aber das werden wir ja noch herausfinden. Und das Ganze dann nochmal schön lernen. Oh, es leuchtet aber schön. Ich habe kaum Energie da drin. Und so, warte mal. Wir brauchen einen Button. Button. Mit Doppel-T am besten. Button machen wir da dran. Super Button dran gemacht. Aber man sieht auch, 80% effektiv. Ist das nicht so geil effektiv. Und jetzt nehmen wir einfach mal so ein paar Steine hier so. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube, wir verschwinden tun wahrscheinlich nur die hier. Und dann machen wir so. Pass auf. Diskette rein. Drücken. Oh lol. Da sind die Steine da reingedrückt. Ja, da hat sich auf jeden Fall schon mal richtig gelohnt. Da ist gar nichts passiert. Da machen wir mal so. Aber da steht nur dran, 80%. Ah, lol. Okay, ist der obere Bereich. Also, ihr habt gesehen. Ich habe jetzt quasi etwas auf diese Diskette gespeichert. Da steht sogar 2x2x2. Und so kann man es wieder rausführen, wenn ich nochmal drücke. Pass auf. Voll cool. Und dann kann man immer das Wohnzimmer speichern. Hui. Hui. Braucht gar nicht so viel Strom, wenn ich ehrlich bin. Nur 204.000 EF. Aber gut, ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat. Und ihr wollt, dass ich quasi davon ein riesiges Konstrukt mache, um das ganze Haus einzupacken. Geht leider nicht. Aber sag ich mal, die Bibliothek oder so wird wahrscheinlich funktionieren. Muss man nochmal nur gucken, wie ich das Konstrukt dann am besten mache. Dann gebt einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, was ich noch machen soll. Und vergesst auf keinen Fall heute Abend, denn Livestream lohnt sich für jeden, glaube ich. Haut rein. Tschüss.